Heute wollen wir mal am Berg laufen, deswegen bin ich hier im Nationalpark der Majella. Majella ist das Gebirge hier im Niedergebiet, geht bis dahin. Wir sind hier quasi am Fuß vom Gebirge, das heißt hier ist noch relativ flach, ganz kurz am Laufen. Der Ort heißt Valle Gumentina, da gibt es ja auch einen Wanderweg, der relativ flach verläuft, deswegen ist es zum Laufen einfach, sonst gibt es hier im Nationalpark auch viele andere Wanderwege, die aber bald hoch gehen und ein bisschen schwieriger sind. Das schönste hier kann man auf alle Wanderwegen auf Google Street Map sehen, deswegen werde ich vielleicht auch verlinken und dann kann man schon ein bisschen von zuhause gucken, wie das aussieht und ja, jetzt wird gelaufen. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist ein Stück, das sieht man da, es geht ja da hoch, auf diesen Hügel, so, diesen Weg da links, bis dahinter, wo die Baume sind. Und dann geht es weiter. Danach ist es dann laggesteigung, aber bergab. Das ist ein Schuttweg, das ist ein bisschen gefährlich, da darf man nicht zu schnell laufen. Aber schön war es auf jeden Fall, mit diesem Panorama zu laufen, mit den Bergen. Und ja, so schnell könnte man nicht laufen, wenn es so schnell bergab geht. Aber es war auf jeden Fall ein gutes Training. Ich glaube, wenn man es zur Hälfte macht, dann kann man es auch leicht. Also Norddeutschein hat man es auch nicht. Deswegen bin ich es nicht gewohnt. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Und wenn ich bestimmt kann, bestimmt das mal wieder machen. So. Ich werde mal die Strecke verlinken und ein paar Fotos. Ja. Und das war's. Tschüss.